Mein bester Freund Emil hat mir einen Stunt Scooter geschenkt und dann wollte ich ihm auch was schenken. Ihr habt dann gesagt, dass ich ihm ein Skateboard schenken soll und deshalb mache ich ihm gerade ein Skateboard. Im letzten Video habe ich ein neutrales Board bestellt und heute werde ich es gestalten. Aber weil ich extrem schlecht im Zeichnen bin, habe ich Chana und Janina angerufen, damit sie mir helfen. Meine Idee war, das Profilbild von unserem gemeinsamen Kanal Sidney und Emil auf das Board zu malen. Also haben die beiden eine Skizze von unserem Profilbild auf das Board gezeichnet, welche am Ende echt gut wurde. Und ich werde die Skizze im nächsten Video anmalen. Also folgen, bis nicht zu verpassen.